Hallo und herzlich willkommen zurück. Wie ihr vielleicht an der Stimme hört, habe ich ein bisschen das Aufnahmestead abgeändert. Mit OBS, wie Markus das jetzt macht, wollte ich es jetzt auch mal ausprobieren. Hoffentlich kachel es nicht, weil er hat ein Problem mit Kachelung, ein bisschen das Video anders bearbeiten. Aber ich hoffe mal, der Ton sollte jetzt angenehmer für euch klingen. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben einiges an Mods runtergeladen. Markus, erzähl euch jetzt was für Mods. Genau, nein. Ja, ich habe auch nach dem ersten Aufnahmesessionchen so am letzten Mal... Was passiert hier? Okay, es hat einmal kurz geleckt, das Spiel. Ne, nach der ersten Aufnahmesession habe ich dann halt auch mal mein OBS richtig konfiguriert. Auch mit ordentlichen Voice-Gates, Noise-Gates und Voice-Filtern und allem möglichen Scheiß. Ja, in der Hoffnung, dass es damit besser geht. Ne, das Kacheln, von dem Mike geredet hat, hatte ich nur, nachdem ich die Videos gerendert hatte. Was mich ein bisschen gewundert hatte, aber bevor ich jetzt noch mehrmals hatte sage, gehe ich lieber auf die Mods ein, die wir installiert haben. Ja, unter anderem das Accessoire-Megapack, von dem wir allerdings erst was haben, wenn wir den einen Truck kaufen. Ähm, was haben wir noch? Ja, die echten Firmennamen, wie Ineos, Lanxess, Wildfinger. Wie beispielsweise bei mir jetzt, DAL zum Beispiel hier, Caterpillar. So, aber wo war eben, wer war ich denn? Ich war irgendwo in England, ne? Ja, ich war auch hier gewohnt in England, meine ich. Ich nehme mal kurz die Maus für die Karte, das geht einfacher. Genau, ich bin, ich bin nach Everdeen gefahren. In Sheffield war ich, genau, ich war in Sheffield. Ja, wo fahren wir jetzt hin? Ähm... Okay, das leckt immer kurz, wenn er die LKWs laden muss. Wie konnte ich nochmal einstellen, dass ich die nächste englische Strecke anfangen kann? Weil du hast doch mal erzählt, wie das ging ungefähr. Ich habe einfach die Stadt angeklickt und dann von da aus bin ich dann halt weitergefahren. Also, wie ich zum Beispiel nach... Ich will mal in den Norden, habe ich gerade beschlossen. Nach Everdeen will ich. Ja, dann guckst du, wo von Sheffield, ob es einer nach Everdeen fährt. Hä? Ich will, ich habe jetzt den... Du kannst das Ziel nicht aussuchen, außer geht über Suche. Also jetzt Sheffield, jetzt will ich Sheffield und jetzt will ich nach Everdeen fahren. Ja, dann musst du gucken in der Liste, ob es eine gibt, die da hinfährt. Achso, gut. Ich gucke gerade mal von Sheffield nach Sheffield. Jaja, gibt es auch. Ich habe auch einen von Everdeen nach Everdeen. Den mache ich doch mal. Nö, ich fahre jetzt nach... Ach ja, ich wollte ja nach London letztes Mal. Ja, dann fahre ich mit der DHL nach London. Genau, was wir auch noch installiert haben, ist ein Ultra-Realistic-Graphics-Mod. Ich weiß jetzt nicht, ob das ruckeln wird. Das werden wir sehen, aber bei mir haben sie gerade in dem Ladebildschirm die LKWs leicht, wenn er die nachgeladen hat, für die Vorschau ein bisschen geleckt. Ähm, ja, aber wir werden ja sehen. Gut, die Musik hört man noch... Feststellbremse angezogen? Was geht jetzt? Ja, du musst einmal die Leertaste drücken. Was war denn das? Das kam mit dem... Ach ja, genau. Wir haben auch noch zusätzlich dazu auf die Public Beta upgedatet, wo halt auch zufällige Straßenevents mit dazugekommen sind und die Tatsache, dass deine Handbremse angezogen ist, wenn du anfängst mit einem Auftragen. Das ist so geil, ne? Ich fahre jetzt so ein Tesco-Ding da durch die Gegend. Ich habe zwei, drei... Ne, zwei Bagger auf dem... Zwei Traktoren auf dem Auflieger. Brauche ich die Scheibe wahrscheinlich, war voller Freude wahrscheinlich. Ach, ich bin in England, links... Linksverkehr. Ja, ja, so geht's mir gerade auch. Ich habe... Oh, geil. Meine Güte, der braucht aber gerade... Ich weiß, dass das ein anderer... Der LKW hat ja mal einen interessanten Blinker. Vielleicht hören wir uns auch hin. Wie ich auch gemerkt habe, wir haben jetzt mal eine Tauneinstellung was gemacht, dass jetzt die Mucke nicht mehr so laut ist. Weil wir... Die Urheber so, hey, das ist ein bisschen laut, so. Zumindest hat YouTube uns das so verklickert. Ja, so fünf Hits auf den Videos waren jetzt nicht so unglaublich geil. Wenn's monetarisiert sind, dann ist es gewissermaßen schon unsere Schuld, aber nicht mit böser Absicht. Wir verdienen daran gar nichts. Dass unsere acht Klicks uns so geldgeil gemacht haben, dass wir jetzt dafür Geld sehen sollen. Das Einzige, was sich wirklich lohnen würde, wäre halt... Dafür gab's auch schon Anfragen von Kiesel. Ob wir nicht, die und er hier unsere Partnerschaft machen würden. Das führt aber nicht passieren. Nee, das war für Musik. Hä? Als irgendeine Seite hat er uns als Musik geflaggt und uns dann... Nee, nee, es gab auch mal von Dings eine Anfrage für was anderes, deswegen das Star Wars Folge. Echt? Dann hab ich die nicht mitbekommen. Du hast mir das sogar erzählt. Hab ich das? Okay, da hab ich's vergessen. Dann bin ich gut drin in Sachen vergessen. Ja, gut, er ist zum Vergessen. Nee, aber... Oh, 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 oh. Ja, nee, wir haben definitiv nicht selbstständig die Monetarisierung eingestellt und wir würden davon auch keinen Cent sehen, in dem Fall. Wie gesagt, es würde sich nur bei den Star Wars Folgen von Revan looten und auch nur so minimal. Ist gar nicht. Ja. Aber wie gesagt... Zwei Cent pro Mal können. Es könnte aber sein, dass wir bald mal in Twitch ein bisschen streamen werden nebenbei. Wenn es... Genau. Wenn es dann alles klappt und meine... Wenn ihr es wünscht oder nicht, ist vollkommen egal. Wir werden es tun. Ja. Und wenn wir... Äh... Äh... Was wollte ich jetzt sagen? Und wenn es mein Internet hergibt. Wenn mein Internet dann mitmacht. Ich hab nur kurz geguckt, ob er die Zähne aufnimmt. Nicht wundern. Ja, ja, ich... Ah, und meine Standardeinstellung, die ich eingestellt hatte, dass er standardmäßig auf Nummer sicher gehen parken lässt, ist auch drin. Aber wenn du übrigens bei den Stimmen in besserer Qualität hören wollen, dann klick doch auf meine Folge. Ach. Oh, das jetzt fühle ich mich schön schmutzig. Im Stream sollte es übrigens dieselbe Qualität sein, weil das ist das wunderbare Feature an OBS. Da kann man so viel Zeugs mitmachen. Das kann ich dir noch nicht garantieren, weil du hast bis jetzt... Haben wir nur den Aufnahme... Die Aufnahmekodex überarbeitet. Die Streaming-Kodex, da waren wir noch nicht dran. Ne, es geht um die Stimmqualität. Ach so, die... Ach, die Stimmqualität. Die Stimmqualität, ja, die... sollte bei uns beiden jetzt, egal ob Stream oder Aufnahme, nahezu... Ja, doch gleich bleiben. Ja, gleich bleiben. Es passt schon erotisch. Zum Beispiel mal Markus Stimme hört. Wenn ihr Markus mal in der Unterhose gesehen habt, wisst ihr, was ich meine? Ich hatte diese wunderbare Fragen. Das ist die pure Erotik. Ich musste fast kurz... Äh, fast... Äh, fast... Ähm, Pornloch nehmen. Ja, ja, dann ist erst mal 5 Minuten aufhört. Voll geil, ne? Das wir mal anmerken, weil mir fährt jemanden rein und ich habe einen Unfall verursacht. Dann bist du halt rausgezogen. Ja, ich habe aber geblinkt. Der Spacko kann auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Was? Ich kann ja auch... Ich habe einen Riesenhänger. Ich fahre auf einen Kurvo. Da muss man sowieso aufpassen. Ich weiß zwar nicht, welches Schwein in der echten Welt so hinter einem LKW fährt, aber gut, dann passiert genau das. Hier ist immer noch Linksverkehr. Du kennst es sicherlich, wenn LKWs anfangen, eine Autobahn hochzufahren, da fährst du vorsichtig hinterher. Ja, vor allen Dingen, wenn ich hinter dem bin. Weil der LKW-Fahrer hat gerade genug zu tun, Alter. Da musst du auch mal ein bisschen aufpassen. So, jetzt muss ich hier mich ganz elegant durch den Kreisverkehr manövrieren. Aber wie ist das im deutschen Straßenverkehr? Man schiebt gerne alles auf alle anderen. Mit dieser Flütenfuhre geht es übrigens nach Manchester. Mainchair ist bei euch vor, nach London, ne? Ich muss mir über den geilen Anhänger mal angucken. Du schaubt wie drauf. Oh, es hat kurz beim Speichern einen kurzen kleinen Rucklai gegeben, aber ist nicht weiter schlimm. Der LKW-Walter. Davon sehe ich auch jeden Tag mehrere Trucks bei mir vor der Haustür lang fahren. Welcher LKW? LKW-Walter. Weiß. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob Walter weiß, dass er bei mir vor der Haustür lang fährt, aber... Nein, du weißt genau, was du meinst. Die Speditionsfirma... Ich weiß genau, was du meinst. Ist das richtig? Aber die Speditionsfirma hat anscheinend auch viele LKWs, die beim Bayerberg bei mir vor der Haustür lang fahren. Und von daher sehe ich die... Aha. Ich weiß zwar nicht warum, aber wenn du jetzt mit dem Tempo mal beschleunigst, kannst du da nicht mehr überbeschleunigen. Ging für mich eben nicht. Ich darf hier 97 kmh fahren. Doch, darf, geht. Ich habe gerade eine Geschwindigkeit über Beschreitung bekommen. Gut, dann lag das eindeutig an meinem Kurvenfahrt. Ich kann aber nicht mehr als 90 kmh fahren. Das schafft nicht mehr. Doch, kannst du, indem du die Geschwindigkeitsbegrenzung für den LKW innerhalb der Optionen deaktivierst. Nein. Ich trage 96, 95 kmh, es geht schon, aber nur bergab. Ich will aber auch gar nicht. Das ist ja nicht mehr logisch, weil die Dinger haben ja eine Kopplung. Die kann man aber auch im echten Leben deaktivieren. Ja, das ist aber nicht legal in Deutschland zum Beispiel. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Zum Beispiel eine Porsche Carrera, den kennt ihr, ne? Der Ding ist so runtergedrosselt in Deutschland, wenn ihr das versucht, da zu bearbeiten, ne? Gibt es richtig Ärger. Ich esse gerade nebenbei ein nicht erwählte Marke. Fruchtbonbon, weil ich gerade Bock drauf habe. Ich muss was Süßes essen. Mein Marko ist immer zu seltsig. Zuer auf mir hier einen vorzuschnapsen. Ich hab Hunger. Wollt ihr die Marke wissen, denn dafür kriegt ich ganz, ganz viele Euroen. Das sind die Skittles. Whiteberry. Hast du schon mal die Gessenmarke? Nee, hab ich tatsächlich genug. Oh, ich bin so lecker, Alter. Aber ich mache meine Musik, die Radiomusik, einen ganz kleinen Takt nur lauter, weil man hört sie hinter dem Brummen vom LKW tatsächlich nur sehr knapp. Naja, nö, ich lass das jetzt so, weil ich hab jetzt hier nicht wieder Bock für irgendjemand anderes Videos zu produzieren. Wenn ich das monetarisiert haben will, dann auch von mir aus und nicht von anderen aus. Und da wir es eh nicht monetarisieren müssen, wenn wir es mal als Arbeit machen würden, würden wir es natürlich machen. Das ist ja verständlich, weil dann würde es mal ja hauptberuflich machen, aber dafür ist der Kanal nicht bei weitem groß genug das jetzt. Obwohl ich dann eher sagen müsste, wenn ich die Community hätte, würde ich eher streamen als auf YouTube die Videos monetarisieren, weil ich persönlich, ich bin kein großer Freund von... Ich hab damit kein Problem, wenn die Leute was monetarisieren, die so ein Geld für ihre Arbeit nehmen. Ja, das ist richtig, aber ich bin kein großer Freund von Werbung auf YouTube. Ja, aber die geht ja nicht lang. Ja, das... Und ich würde ja nur versuchen, nur einmal zu scheiden, einmal vor dem Video. Ja, aber... Manche scheiden die auch mehrfach im Video, das ist aber ganz selten. Und wenn es nur so eine kleine Ad ist, die man schnell wegkriegt, kann das ja auch nicht schlimm. Das ist richtig, aber ich finde interessant, was der YouTube-Bot einem inzwischen auf dem Handy oder auf dem Tablet für Werbung reinschmeißt. Bei mir schmeißt man irgendwelche Werbung für irgendwelche perversen Sachen. Ich kriege A immer die gleiche und B ist die mit irgendeiner komischen Musik hinterlegt, dass ich mir am liebsten mein Handy wegschmeißen würde. Also, ich weiß nicht, Christus, hast du auch schon mal so eine... Oh! Unfall auf der A9. Das ist so viel Autobahn. Ne, der M1. Hast du auch schon mal eine... Ich habe gerade meine Skittesbackung reingepackt. Werbung. Und habe dann einfach mal vor den anderen Wagen gerannt. Ja, dafür solltest du standardmäßig die rechte Hand nehmen, weil bremsen kannst du immer noch mit links und lenken aufmachen. Ich bin ja links rübergezogen, weil ich gerade an der Kurve war und habe mich auf den Verkehr geachtet. Weil sie in den letzten Folgen haben aber gesehen, wie vorbildlich man fahren kann, dieses zu Markus. Was? Der Crash in der letzten Folge hat es auch überhaupt nie passiert. Wie ihr seht, fahre ich einen ganz anderen Truck auf einmal. Gott sei Dank. Ich habe da halt mit der rechten Person reingepackt und dann habe ich einfach ausgerammt, weil ich Bock drauf habe. Ich muss ein bisschen mein Geldvorsprung ausgleichen, den ich hier bei dir habe. Wenn du woanders hinguckst, passiert das ist tatsächlich leicht, dass man mal Mist baut. Ich bin schon nur ein Auto gewesen, ich habe recht. Warum heißt das eigentlich M? Motorway. Die Engländer brauchen wir echt für alles eigene Begriffe. Weißt du, die Amis haben Highway. Tja. Laut den Engländern ist amerikanisches Englisch auch vereinfachtes Englisch. Ja, ich finde es besser. Das ist nicht dieses unnötige Hochtraben, sondern einfach das ganz Nötigste. Aber Engländer sind so wie... Wir wollten nicht zu viel über Engl... Ja, das ganze Original ist ganz, ganz anders. Das ist Angel Sextisch. Das Angel Sextisch ist schon mal was ganz anderes. Das hat sich beides aus dem gleichen Stamm anders entwickelt. Ja, also ich mag das Lied gerade. Ja, das klingt definitiv interessant. Metal und Chorgesänge gehen immer. Das ist jetzt auch eher mehr Gossip. Oh, da lag Müll am Rand der Straße. Das ist aber, glaube ich, auch neu. Also ich frage mich, ob wir auf dieser Lieferungsfahrt auch einen dieser... dieses eines dieser Random Events, die auf der Straße passieren, sehen können. Ja, das ist jetzt wegen der Beta. Das ist ja jetzt wegen der Beta. Dass jetzt auch so welche Sachen passieren können, wie Unfälle, Polizei, Gott wollen, also Unsinn. Baustellen. Der Euro Truck Simulator ist jetzt auch auf einmal wesentlich größer. Ja, die haben... Ich habe Videos gesehen, da gab es dann... Was war das? Ausgebrannte LKW-Auflieger zum Beispiel. Standen dann auf der Straße. Also so neben der Straße. Oder ein abgestürztes Flugzeug. Was? Es gibt übrigens auch ganz krasse Mods, die fügen dann Star Wars Fahrzeuge hinzu oder so als fahrbare Geräte. So ein Head-Speeder oder sowas. Ja, ja, ja. So weit ist es ja jetzt die Star Wars-Sieberländer. Das kann man mal als Gimmick so eine Folge machen. Wie so darf ich in England eigentlich auf jeder Spur mit dem LKW fahren? Ich halte mich nur an meinen LKW-Kollegen. Weiß ich nicht. Ich kenne die Regularien nicht. Ich auch nicht. Very British. Ich verstand das mäßig auf der inneren Spur. Auf der äußeren Spur. Ich will ja auch gerade machen. Aber ich muss noch einmal tragen. In der inneren, äußeren, ja. Gut. Es ist halt gelegentlich. Richtig. Aber es ist auch kurz die äußere. Naja. Ey, da, warum fährt denn der so nahm? Kein Wunder, dass ich auf der anderen Seite gefahren bin. Ja, weil hier 80 ist. Habe ich gerade gemerkt am 24 Dollar. Und nochmal 320 weg, weil ich jemanden gerammt habe. Ich mache ja gerade richtig geilen Scheiß. Die Fahrt lohnt sich bald nicht mehr. Also bist du bald arm. Ja, aber ich habe nur 81.000. Ja, fast so doppelt so viel wie ich. Ja, ich muss ja ein bisschen ausgleichen. Naja. Das ist pure Absicht. Und liegt daran, dass ich nur die Skittels reinpacke. Ja, ich habe auch extra eine Giraffe gemeldet. Das Giraffenmelken. Wow, jetzt fahre ich 100. Aber das kriege ich auch noch behoben. Das habe ich ja vorhin schon getestet mit meinen psychopathischen Lachen. Er sagte, er hätte sich den Ton gemutet und ich habe mich dann gehen lassen. Ich hatte überlegt, mich zu muten, wenn er dann anfängt. Aber ich wusste ja nicht, dass er direkt anfängt und dass er so übertreibt. Ich musste es testen. Aber da gibt es auch Unterschiede. Nein. Doch, bestimmt. Ich mache hier gerade ein Wettrennen mit einem anderen LKW. Together with passion. Steht da drauf. Irgendeine Logistik. Soll ich den mal schneiden oder rammen, damit er nicht mal... Geht vorsichtig ums Eck. Genau, so. Ich bremse einfach mal ab. Ja, komm. Du hast nur 4 Tonnen hinten drauf. Ja, Auto ist gut. Ignorier mich. Alter, wie kann man denn mit 4 Tonnen auf dem Auflieger so langsam beschleunigen? Das macht man halt. Du hast sowas noch nie transportiert in echt, ne? Nee. 4 Tonnen hinten gegen Gewicht ist total lästig. Beim LKW geht es noch, weil du es gewöhnt bist. Das ist so ein allgemeines Gewicht, das beim Auto... Ach du scheiße, 4 Tonnen Gegengewicht hinten... Oh mein Gott, da kommt es ja gar nicht mehr weg. Das wiegt mehr als ein Auto, Alter. Alles korrekt. Und du unterschätzt mal 4 Tonnen nicht. Das sind 4000 Kilo. Gib dir das kurz im Kopf und dann sag das nochmal. Ja, aber manche Sachen, die du hier in diesem Spiel mitnimmst, sind 20 Tonnen. Ja, aber das ist ja auch ein LKW. Obwohl, dann hast du wahrscheinlich auch ein LKW mit ein bisschen mehr Pferde unter der Haube. Richtig, es gibt verschiedene Zugmaschinen. Das Schwerste, was ich mal jemals transportiert habe, waren so um die 15 Tonnen. Das war eine lustige Angelegenheit. Hör doch doch einen LKW-Führerschein. Du kannst doch jetzt hier mit dem Berg LKW ein bisschen fahren. Richtig, so ja, kein Ding. Und schmeißen die mir jeden Schrott da drauf, weißt. So, hey, 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 wenn ihr es übertreiben wollt, wisst ihr, dass ich ungefähr seit 2 Jahren kein LKW mehr gefahren bin. Das ist nicht so wie Fahrradfahren. Doch, das verlernt man auch nicht. Ja, das war nach Zeiten. Lass mal abschrotten, weil ich kann da überall hinfahren. Ich will ja... Ihr komm, Auto fahr. Oder auch nicht, dann lass mich halt vorbei. Das war aber etwas kleiner, aber trotzdem 15 Tonnen, Alter. What the fuck? Da haben sie es danach auch nicht mehr übertrieben. Ich bin so gefahren, als hätte ich ein rohes Ei fahren, weil ich hätte echt Schiss. Ja, in der Kurve irgendwie zu kippen oder so, ich saß dir. Oh, kann ich mir vorstellen. Ich hätte nie gesagt, das ist ein LKW-Führerschein, weil ich dachte, Alter, es wird fatal enden, habe ich ehrlich gesagt, genau. Aber weil ich so männlich bin, habe ich es nicht zugegeben und habe es trotzdem gesagt. Wow. Und im Inneren habe ich mich vollgeschissen wie ein kleines Mädchen im Tü-Tü. Ich liebe es einfach, wie die Leute hier Minimalgeschwindigkeit fahren manchmal. Du hast ja keine Rase auf der Autobahn, das wundert mich eigentlich auch. Das finde ich ehrlich gesagt gut, weil das ist absolut scheiße. Erster Aufenthalt in London. Etnischen Tor, ne, seht ihr das? Guck mal, das sieht überhaupt nicht aus wie London. Wo sind die klassischen viktorianischen Gebäude? Wer ist garantiert durch die Innenstadt mit dem LKW? Richtig. Boom, jetzt habe ich noch die Fracht ein bisschen beschädigt, weil ich zu blöd in die Kurve gegangen bin. Aber wenn schon denn schon? Hier, diese Fahrt streiche ich einfach mal aus den Gedanken. Warum ruckeln meine Frames gerade runter? Wenn er speichert, dann gehört er kurz zum Ruckler. Das ist also ein Freeze. Wegen der Macht. Wo es uns geht. Er kann ja auch nicht leben, weil es ist ja kurzer Speichel. Ja, stimmt. Okay, dann muss ich nur reinfahren. Hier wird... Ja, gen... Das Spiel freut mich auch. Ganz gewaltig. Ja, ich zeig mir wieder ein paar Künstler über 9000. Weißt du, da ist... Die ganze Zeit darfst du 97 fahren auf der Autobahn. Ja, ja, das ging ja. Dann kommt das Schild, Achtung, Geschwindigkeitskontrolle. Hinter dem Schild kommt der Geschwind... Kommt runter auf 80. Und dann kommt die Lampe. Das ist natürlich voll geil. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Meine Güte. Ich fahre ja gerade mit 55 auf der Autobahn, weil der Verkehr mich dazu zwingt. Äh... Junge! Junge! Wollt ihr mich hier ganz verarschen? Auch so wie geht's auf einmal, ne? Ich parke ganz merkwürdig, ne? Auf einmal zählt das halt ein paar... Ja, solange der Aufflieger muss richtig stehen. Der Rest vom Aufflieger hält. Nein, du wirst es in der Folge sehen. Ich habe Außenansicht genommen, weil ich mich gerade verarscht fühlte. So, ja, Mann. So, Kati. Hören wir wieder die Maus und so. London. Ach ja, ich sollte dann schnell auftreten. London, wo fahren wir jetzt hin? Ich bin Bock auf England. Obwohl, ich könnte nochmal da... Hm, wo fahren wir denn mal hin? Ja, Junge! Von London nach Wien, das wäre auch mal eine Superidee. Markus. Ja. Oder nach Bern, was ist ihr Lieber? Fahr doch nach der Schweiz. Fahr mal nach der Schweiz, ihr habt ja mal gehört. Das dauert so ungefähr 100 Jahre. Auftrag annehmen. Ja. Ich hätte keinen Bock mehr auf England. Das ist nicht so. Genug diesen abgefahrenen Scheiß. Oh Gott, ist der ecker, habe ich aber trotzdem die ganze Fahrt so. Das ist richtig. Ich hasse das mit dem Feststellstützen. Ach, einmal Leertaste drücken, das ist nicht so die Welt. Ja, wenn man es aber nicht gewohnt ist. Gewöhnt sich ganz schnell dran, glaube ich. Oh ja, ich fahre wieder bei irgendeinem komischen Tank durch die Gegend. Bin ich richtig gefordert. Ah, mein Gott, ich wollte rechts einbiegen. Oh, 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 oh. Bin ja noch in England. Ja, wir sind in England. Oder du zumindest, ich auch. Ich fahre auch noch. Ja, gleich nicht mehr. Ich muss gucken, wo es mich hin verschlägt. Ich mache jetzt was voll krasses und zwar, ich blinke im Kreisverkehr, wenn ich reinfahre. Deshalb würden die Leute überhaupt da nicht. Das ist aber irgendwie auch so eine Sache, die ich irgendwie unterbewusst machen will, obwohl es nicht nötig ist. Nee, erst wenn du rausfährst blinkst du. Ja, ja, beim rausfahren, klar, sowieso. Aber teilweise erwische ich mich dabei, dass ich beim Reinfahren blicke. Fährt vor mir gerade ein Schild? Da hat irgendwann Anhänger mit irgendeinem Baustellen-Schild hinten drauf. Ich fahre da verwirrt, wo mir ein Schild fährt. Kann passieren. Das, was ihr gerade gesehen habt, macht man nicht in echt. Ich habe den dann voll fett die Vorfahrt genommen. Obwohl machen viele Leute nicht. Als Fußgänger wirst du schon fast überfahren, wenn du mal über den Zeber steifen willst. Oh ja. Ich ziehe das aber eiskalt durch, wenn die mich anfangen. Oh, 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 das wird teuer. Dann sagen sie dir, sagen sie dann der Polizei, der ist einfach drauf gesprintet. Nein, 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 das sind immer genug Leute. Ja, richtig. Das sind immer irgendwo Leute. Was ist denn hier los? Hier ist 80, Jungs. Boah, dieses Überholmanöver in der letzten Sekunde zieht er raus. Weil ich bin eine ziemlich sture Sau, ich lasse mir meine Vorfahrt nicht nehmen. Auch wenn ich als Fußgänger bin. Ich bin echt greif. Aber ich sehe es nicht ein. Die Leute halten sich für wichtiger als die anderen. Also wenn du denkst, oh, mein Termin ist wichtiger. Du hast die Gefäße an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Wenn du so spät bist, dann hast du selber Schuld. Das ist völlig korrekt. Meine Fresse, diese Leute. Liebst du, ich würde dir immer aus dem Auto nehmen und ein bisschen verprügeln. Aber dann fällt mir ein, das ist nicht sehr nett. Denn ich würde niemals andere Menschen geweint antun, denn ich war früher nie so. Richtig. Ich war immer ein ganz braver Jugendlicher. Ja. Na gut, aber... Mehr wäre es wie auch der von hier. Wahrscheinlich schon irgendwann, wenn ich was drüben, da labere ich mir gerne. Aber ich denke mir hier lässt sich ein relativ guter Cut machen. Als E.T., oder? Ja, dann drücke ich jetzt Pause. Genau, machen wir. Dann drücke ich auch die Caterpillar. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, tschüss. Tschüss.